Man muss sich vorstellen, dass am Kulm sehr viele Dinge zugleich geschehen müssen. Und da muss ich sagen, ist Steyr ein großartiger Partner seit vielen Jahren und wir sind sehr dankbar dafür. Ich glaube, dass ein Event dieser Art ist ein perfektes Ficht für unsere Brand. Ski-Jumping betrifft viel Adrenalin und Passion und das passt perfekt an Steyr. Da kann es sein, dass es über Nacht einen Meter Schnee gibt. Wir haben schon den Aufsprung einer Meter hohe Schneewende gehabt. Dazu ist diese Partnerschaft großartig für uns. Wir haben auch fünf Traktoren gegeben, den Organisator der Event. Und diese Traktoren sind wirklich verlieblich und helfen in sehr schwierigen Konditionen, wie die Träume oder die Schnee schlafen. Für die Veranstaltung nicht mehr wegzudenken. Angefangen von den Transporten im Vorfeld, Schnee zur Schanze. Wir zeigen uns wieder einmal die Veranstaltung und die Qualität unserer Maschine. So Steyr ist wirklich ein Partner. Zu den General zu rely on. So ohne diesen Fahrzeugen hätten wir das nicht geschafft bis jetzt. Die Steyr Traktoren sind aus unserem Gebiet einfach nicht mehr wegzudenken. Wir versuchen ja Werte zu transportieren mit dieser Veranstaltung. Qualität, Begeisterung, Mutig und alles das ist eigentlich in dieser Marke Steirer dementsprechend verankert.